Also es gibt einen neuen Boss in Demon of the Canyon drin, der spawnt ungefähr in der Mitte des Runs, der droppt vor allem Heiler Loot, das ist glaube ich der Lümmel, ein Heiler Ring, ganz gut, Heiler Trinket, Heiler Necklace, ein Heiler Zweihandkolben, der massiv ist, ach du meine Gülle, und ein Heiler Dolch, und der Dolch sieht aus wie ein Schwert, und den machen wir jetzt aber kurz, wir skippen einfach hin zu dem Boss, nicht wundern, okay, hier ist der nächste Boss, oh, der hat den dicken Kolb in der Hand sogar, und der schreibt irgendwas mit Stacken, das ist der neue Boss hier drin, Herr der Grube, Ascalot, Let's see, und der droppt nur Heiler Loot, das ist irgendwie weird, das sieht nicht aus wie ein Boss für Heiler Loot, ich weiß nicht genau, was der macht, aber sie meinen, wir sollen Stacken, deswegen stacke ich damit rein, blindender Schatten, okay, Schlitzer, wir sind alle auf einem Spot, kann es sein, dass man diese Schlitzer einfach zusammen tanken muss, einmal hat er Feuerregen, da zieht man den raus, okay, man muss ihn einfach zusammen teilen, okay, und dann droppt der drei, der hat drei Token gedroppt, oder hat er drei Token gedroppt, oder würde ich sogar mitnehmen, den Ring, der ist besser als meiner, der hat mehr Spell, na gut, das war der Boss, ich weiß nicht, wieso der drei Tokens droppt, aber lustiger Bossfight, oh, das ist eigentlich ganz gut, und die Waffen sind da halt, gut, der disst mal bitte an, ey, was ein fetter Kolben, so ich mich trotzdem faze, Vielen Dank.